moin moin und herzlich willkommen zurück zu the forest wir haben heute vor noch mal die restlichen höhlen abzuklappern und währenddessen auch noch ein bisschen stickies mit einzusammeln das heißt wir müssen jetzt da hinten auch noch die wo wir vorher drinnen waren so wir ziehen erstmal die dinger hier wieder an wo ich vorher drinnen waren mal von blau auf rot färben haben wir wissen die haben wir abgeschlossen und dann würde ich sagen auch noch dann in die nächsten höhlen rein rennen die dörfer müssen wir auch noch mal alle abklappern weil wir wollen die passivierliste voll kriegen bevor wir uns quasi die ende hierzu wenden währenddessen können wir ein bisschen stickies sammeln dann können wir da oben ein bisschen voll machen dann wäre das vielleicht nur noch eine einzige baufolge so wo wir dann hier die letzten stickies da einsammeln und so weiter und die letzten 91 baumstämme dann wäre es das dann auch eigentlich im grunde denn dann werden wir da hinten habt ihr das gesehen dann wäre es ja da hinten schon fertig da sind unsere nachbarn wieder wir wollen aber diesen weg in einem wo wir gerade drin waren müssen wir quasi hier rot markieren doch noch einer da und so noch voll machen und letzter das war doch der wo wir drinnen waren oder oder nee das war der da hinten die müssen wir rot markieren genau das war der wo wir drinnen waren dann machen wir den einmal und wechseln machen das war nur ein neuer schrei das war neuer schrei das war neuer schrei Den Schrei habe ich aber wirklich noch nie gehört. So, wenn wir hier jetzt reingehen. Ja, jetzt wird es dunkel. Schauen wir einmal auf ein Map. Ah, das ist der. Ausgang, okay. Hallo. Dann waren wir hier auch schon drin. Boah. Ledermäuse. Wenn wir den hier ebenfalls rot machen. Ja, dann ist der hier auch zählt als abgeschlossen. Dann müssen wir da hinten nochmal hin. Das war jetzt echt ein neuer Schrei von der einen da. Habe ich so noch nicht gehört, hier ab hier. Ja, wir sind wieder hier am Dorf. Mal schauen, ob ich hier irgendwas noch finden können. Einsammeln können. Den durch brauchen wir nicht. Nur tote. Leider haben wir voll. Hinten haben wir. Da fehlt noch einer. Da ist noch einer. Lass mal den hier nehmen. Neue Pflanze entdeckt. Was für eine neue Pflanze. Dann gehen wir hier mal rein. Ja, komm. Jetzt kommt es in der Höhle, waren wir noch gar nicht drin. Und? Waren wir hier schon mal drin? Jetzt sind wir in der. Okay. Ich glaube, das ist die erste Höhle, wo wir drinnen waren. Genau, mit den ganzen Babys und so. Wie viel Stoff haben wir jetzt mittlerweile? 160. Langsam wird es wieder. Hier war doch gerade irgendwo noch ein Auge. Ich habe hier gerade ein Auge gesehen. Nicht. Wenn wir da hingehen. Wo kommen wir hin? Wir waren da hinten noch gar nicht. Andere Richtung. Müssen wir zuerst machen. Weil da es aussieht, als wäre das quasi Ende von dem Ding. Und hier eben zuerst. Entlang. Oder? Ja. Hier müssen wir zuerst entlang. Schoko-Riegel. Schoko-Riegel. Spray-Dose. Hallo. Achso, Schoko-Riegel haben wir. Können wir eben so schnell einen snacken. Dann nehmen wir den mit. Katrin. Nice. Und Medizin. Auch gut. Treibstoffe sind wir voll. Was sagt denn der hier? Auf jeden Fall sind wir. Den kenne ich gerade gar nicht. Okay. Dann benutzen wir den mal. Rüsten wieder das hier aus. Hoppla. Dann nehmen wir den mit. Dann haben wir auch wieder Full. So gehört sich das. Ja? Das war gerade ein bisschen komisch. Das Geräusch. Hört sich nicht so schön an. Ja, okay. So viele tote Babys, wie hier rumliegen. So, noch ein Teil. Was wir nicht brauchen können. So, Stoff. Stickies haben wir voll. Steine haben wir voll. Ja, haben wir voll Steine. Ja, genau. Jetzt kommen wir hier. Ich finde es aber cool, nochmal alle Höhlen abzuklappern. So, um zu schauen, was man vergessen hat. Das war ja auch eine der ersten Höhlen, wo wir drin waren. Ich glaube, es ist sogar die Höhle, wo wir verschleppt worden, als wir gestorben sind. Ich glaube, hier war das, wo wir runtergehen konnten. Ich glaube, hier war das, wo wir runtergehen konnten. Oder? War es das hier? Hier irgendwo? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich genau bin. Also, wo jetzt der Weg sein soll. Dann nehmen wir einfach den hier. Genau, wo die ganze, äh, diese Riesenkammer ist. Vorratskammer. Hier ist es damals auch schon so tief runter. Jo, die ganzen, genau, der Pinsel. Die rote Farbe, genau. Ah, aber hier Dynamit hat sich jetzt nicht nochmal aufgefüllt. Aber Medizin können wir hier auch stoppen. Hallo, ich will die Farbe, äh, den Stoff. Genau, da haben wir wieder die Axt. Ja, den, den behalten wir bei. Und dann gehen wir nochmal hoch. Und dann gehen wir mal auf. Das dauert aber auch, hey. Ausdauer ist auch schon für eine Arsche. Nice, Stoff. Wir hätten hier öfters mal wegen Stoffmangel herkommen sollen. Schaut mal an, wie viel Stoff wir mittlerweile hier haben. Und Geld auch hier ohne Ende. Ja, tut mir aber leid. Hängt hier irgendwo noch einer? Hier gibt's noch Stoff. Ja, komm. Hier ist noch. Oh, gleich drei Stück. So, was sagt die Map? Wir haben da einen Abschnitt noch nicht gemacht. Sehe ich gerade. Geht's denn weiter? Da. Hier, den Abschnitt haben wir noch gar nicht gemacht. Mal schauen, wo wir da ankommen. Ja, okay. Wir kommen draußen an. Können wir das da mal umfärben? Boah. So. Den markieren wir schon mal rot. Ist er jetzt auch rot? Naja, ja, jetzt. Hat ein bisschen gedauert, bis er rot wurde. Ja, dann gehen wir hier noch einmal nach links gleich. Und schauen an, was wir da übersehen haben. Oh. Wir sind alle wieder gerescornt. Die werden wir jetzt aber auch nicht alle einsammeln jetzt. Sondern wir gehen nur da lang. Ist ja hier noch ein Abteil von der Höhle. No, das ist nix. Weißt du das? Ich glaube, hier die Mutanten gibt's noch. Die sind aber nicht hier, wo ich jetzt bin. Sondern irgendwo über oder unter mir. Ach so. Ja, okay. Hätten wir jetzt einen zweiten Kassettenspieler haben können. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. So. Und hier nochmal. Da sehe ich nämlich irgendwie eine Stelle, wo wir noch gar nicht waren. Auch wenn's nur eine Ecke ist. Von dem Bereich. Und wer weiß, vielleicht sind da Passagiere, die wir brauchen. Also noch nicht entdeckt hatten. In der Ecke. Kann ja sein. Ich will die Lisse ja voll haben. Und da war nichts. Also nur Steine. So, wir sind jetzt hier in der Höhle. So, genau da müssen wir hin. Ja, jetzt sind wir wieder sauber von der roten Farbe. Genau. Ja. Ich glaube, die Ecke hier hinten war das. Die, wo wir noch gar nichts markiert haben auf der Map. Obwohl markieren will das ja auch nicht. Was ist da hinten? Die Ecke da. Hier. Wo ich nichts markieren will. Wird da eigentlich schon mal durchgeschwommen? Haben wir das schon mal gemacht? Stickies. Noch mal Farbspray-Dose. Oder Haarspray. Komm, wir schwimmen da jetzt mal durch. Weil ich glaube, das hatten wir noch gar nicht gemacht gehabt. Hä? War es das? gab sie nicht mehr außer münzen da fühle ich mich jetzt ein bisschen verarscht wo hatten wir noch mal ein feuer gehabt da hinten irgendwo genau dann schnell hier und hier und noch ein so ok wenn da es nichts gab müssen wir einen anderen weg schauen ja stimmt da hinten waren wir ja schon genau ja müssen wir hier wieder zurück ach tauchhaus müssen können wir wieder ablegen eine genau brauchen wir nicht das war jetzt ein bisschen enttäuschend ich hatte gedacht da in erinnerung gehabt dass da noch was war was dem anscheinend nicht so ist genau da lang die axt brauchen wir noch neuer riegel ach hier der kompass genau und ahhh passagier gefunden genau den passagier haben wir würde ich sagen vermutlich fehlt der hier noch passagier nice haben wir noch mal zwei gefunden fehlen jetzt nur noch sechs glaube ich sechs fehlen noch dann haben wir den hier auch eigentlich abgeschlossen diese höhle dann gehen wir da noch mal hoch ne das scheint doch noch nicht ganz abgeschlossen zu sein oder ne ne ist nur draußen nachts ok ja dann hier machen wir auch nochmal rot schauen uns die leute hier nochmal an kann ja sein dass hier vielleicht einer ein passagier ist den wir vergessen haben die Frage die ich mir stelle ist stinkt das denen nicht müsste doch müffeln hier da stehen da hinten können wir auch mal jetzt rot machen den haben wir ja auch abgeschlossen wenn jetzt einer von den mutanten kommen würde ich will mich zwar wieder erschrecken und so aber ich will mich auch wieder freuen die mal wieder zu sehen weil ist keiner der ist hier irgendwo das sind galoppel heinz und thrombosen jonas hört man da sind sie da sind sie da sind sie wieder ähm Nein, 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 nein. Nein. Wir müssen doch endlich tot sein. Nein. Nein. Nein! Ah, der war daneben. Der ist noch nicht tot, okay. Jetzt ist er tot. Aber immerhin wieder Mutanten. Ich glaube, ich verballer gerade meine komplette Munition. Nice. Geschafft. Uh! Wollen wir an zwei Mutantenrüstungen wieder? Warte, wie viel Muni haben wir noch? 16 plus. Ist mir egal, was du sagst. Ja. Nö, geht weg. Geht weg. Ich habe mit euch nichts mehr zu schaffen, ja? Ja. Ja, äh, wir überziehen die Folge mal ein bisschen. Geht weg. Ja, wir überziehen die Folge. Hey. Ach, noch einer. Wisst ihr wisst, ich habe die Schnurze voll. Was willst du denn jetzt? Komm. Ah, nice, okay. Äh, nee. Ach, komm. Wir bauen uns eben hier ein kleines Feuerchen. Und schmeißen die mal alle drauf. So, der erste. Ist der nächste. Und. Der gute Kollege. Aber der Chef, der ist weg. Und dann können wir den hier ja auch rot färben. Da brauchen wir jetzt einen Snickers. Wie viele Knochen haben wir auf Taschen? Nichts. Erst eine Knochenrüstung müssen wir uns nochmal nachbauen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir uns waschen. Und dann... Ja. Den Fehl brauchen wir nicht. Ich brauche die Knochen. Ich brauche nur die Knochen. Ja, nur die Knochen. So, dann... Da sind sie. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Ah, zwei Mutantenrüstung haben wir auch schon. So, und da. Dann ab nach Hause. Beziehungsweise nach Hause gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao. 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 Ciao.